Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahlen dran. Herzlich Willkommen zurück zu Skyrim, es freut mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in Season 3, wir spielen mit Arcus und wo wir uns hier befinden, das wissen die Stammzuschauer dieses Let's Play Projekts auf jeden Fall. Wir sind in Skywatch Pass, Skybound Watch Pass, tut mir leid, ich hab's nicht so mit dem Namen. Oh, dieses Ei wackelt hin und her, seht ihr das? Ist das daran, dass da drin irgendwas lebendes ist und sich bewegt? Und wir erkunden Skybound Watch Pass, haben jetzt am Anfang dieses, ja, dieser Höhle drei Banditen gefunden, jetzt aber da vorne diese große Frostbite Spider. Das heißt, anscheinend sind wir jetzt in Gefilde offiziell, an dem schon lange kein Mensch mehr war. Und ich würde sagen, wir öffnen einfach mal diese Tor, diese Tür hier und gehen ganz vorsichtig weiter. Das wiederum hier ist jetzt schon verwunderlich, denn hier ist ein Lagerfeuer. Und das ist wohl eher nicht von Spinnen dahingelegt worden. Oh, was ist da oben? Oh, 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 hier sind noch Banditen. Haben die vielleicht, gehörte die Spinne vielleicht zu denen, haben die die irgendwie geschafft zu trainieren oder so? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, das hat funktioniert. Okay, der ist... Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay, der eine ist tot. Jawohl, das war ein guter Schachzug. Das war ein guter Schachzug. Die Falle ist ein zweites Mal ausgelöst worden. Das war unser Vorteil. Ich muss mich jetzt kurz hier umsehen. Okay, die haben hier ihre Geldbeutel liegen lassen. Haben sich anscheinend doch tatsächlich hier eingenistet. Und wie sie es geschafft haben, diese Spinne zu kontrollieren, das ist mir ein absolutes Rätsel, dass die Lieder... Oder vielleicht haben sie es doch irgendwie geschafft, sich an ihr vorbeizubegeben, dass sie hierher kommen. Oder natürlich, sie sind von der anderen Seite gekommen an dieser Stelle. Meine Fresse, was hier alles noch drin ist. Von der anderen Seite gekommen, an der wir hoffentlich irgendwie gleich wieder rauskommen. Ich habe ja immer noch Bedenken, ob wir hier nicht in ein sogenanntes, wie gesagt, in eine Sackgasse laufen. Oder ob wir hier friedlich durch und wieder rauskommen. Es ist auf jeden Fall verdammt dunkel. Wo ist denn der Kollege? Der ist doch hier... Ah, der Kollege ist also ständig über die Druckplatte gefallen, die die Falle ausgelöst hat. Das ist natürlich... Dass er da mit seinen Kollegen umgebracht hat, wird ihn nicht in Frieden ruhen lassen. Ich speichere wieder zwischendurch. Und ihr merkt, ich speichere sehr viel. Denn, ähm, so Momente, wo ich sterbe und wir mehrere Sachen wiederholen müssen, das ist... Würde mich in einem normalen Let's Play nerven. In einem Rollenspiel-Let's Play nervt es mich ungemein. Weil es ist immersionsbrechend. Man wird aus dem Spiel gerissen, wenn ich so sterbe und einen Quick-Load-Knopf drücken muss. Das gefällt mir einfach gar nicht. Da rutscht mir jedes Mal das Herz in die Hose. Oh, wir sind durch. Open to Skyrim. Hier geht's wieder raus, liebe Leute. Das war's schon. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wo sind wir, wo sind wir? Ich höre irgendwelche Vanditen rufen. Ich versuche, hier an der Seite hochzukommen. Wow! Was ist denn hier los? Was war das für ein Blitz? Was war das für ein Blitz? Lydia, geht da hoch, geht da hoch, geht da hoch. Kämpfen die da oben? Sind die hier drin, oder was? Wooden Door? Gegen wen kämpfen die denn hier? Komm schon! Komm schon! Oh, sterb! Zarlacc! Wer ist denn Zarlacc? Komm schon, komm schon, komm schon! Lydia säbelt durch die Massen mit ihrem Schwert. Der Bandit hält an keinen sehr, sehr viel aus. Und da war es auch schon um ihn geschehen. Okay, was ist denn hier oben los? Zarlacc, The Myth of the Seven Thousand Steps. Ein neues Buch, das wir noch nicht haben. Das nehmen wir natürlich mit. Was haben wir denn hier oben? Wer bist du denn? Zarlacc! The Traveler came to this land, not as a visitor or a pilgrim, but a prisoner, bonded by fate. Yet he comes before me now as an Arbiter, not just of his own fate, but the very world's. When he speaks, the clouds part, the seas boil, and the earth trembles at his feet. Welcome to my humble abode, Dragonborn. Wer zur Hölle ist das und woher zur Hölle weiß er, dass ich der Dragonborn bin? Es tut mir übrigens leid, dich in dem ganzen, äh, ja, Chaos angegriffen zu haben. Schön, dass du mir verzeihst. Ähm. Ähm. Sei gegrüßt. Ähm. Ich will dem Pfad der Weisheit wandern. Was kannst du mir am Wissen beibringen? Was du siehst, ist der Mönch, Dragonborn. Du musst erst ein Wissen erzielen, bevor du lernen kannst. Du musst erst ein Wissen erzielen, bevor du es verstehen kannst. Aber, selbst wenn du das Verständnis erzielen, hast du nur den ersten Schritt nach der echten Wissen. Wissen kommt nicht aus dem Verständnis, sondern aus der Herausforderung ihrer Verhältnisse. Okay, ähm. Wer bist du eigentlich? Ich meine, gut, wir lesen es jetzt, aber wer, stell dich vor. Wissen ist der Totem mit vielen Faces. Aber jetzt, ich fahre mein eigenes Leben. Wow, der war also mal... Also das Erste, was er da gebabbelt hatte, habe ich jetzt einfach nicht verstanden. Und, äh, das interessiert mich auch nicht. Aber er sagt, er war mal ein Graubart. Ähm. Pff. Weißt du, weißt du, ein Schrei? I have some knowledge of the soul, but I am hardly a master. Only the dragonborn has the innate ability to absorb the soul of a dragon, and with it, the essence of the soul. It is a gift, and a curse. For you have been granted power, but have dared none of the training to achieve it. The body and the mind are inexorably led. To train one is to train the other. To become strong is to appreciate the value of effort. It is that discipline one earns to gain the power that provides the wisdom to know when to use it. This is not to say you cannot train your mind to responsibly wield the body the divine shall have granted you. I suspect that is why they have brought you here. To gain what was lost. Das kann gut sein. zu zerbrechen, weil, wie sollen wir uns schon fühlen, wenn die komplette Welt, wenn das Schicksal der kompletten Welt auf unserer Schulter liegt. I trust you now of its weight, but are not yet capable of grasping the full extent of your actions. You ever do. Das ist eine tolle Aussage, die er da getroffen hat. Ihr erinnert euch an den ersten Part dieser Season, an dem, äh, ja, Arcus sich gefragt hat, was eigentlich Bestimmung ist. Und der Mann hier hat jetzt völlig Überzeugung gesagt, äh, also voller Überzeugung hat er gesagt, dass, ähm, wir immer daran denken müssen, was für Auswirkungen unsere Entscheidungen haben. Denn die machen letzten Endes den Weg aus, dem wir gehen. Das ist eigentlich interessant, äh, wenn man's mal damit kombiniert, was Arcus sich zu dem ganzen gedacht hat. Wer's nicht gehört hat, ich kann's nur empfehlen. Season 3, Part 1. Schaut einfach mal rein und bildet euch eure Meinung. Ähm, jetzt möchte ich aber gerne wissen, Zarlacc, warum hast du High Rothkar und die Graubärte verlassen? Ein einzig Punkt der Kontenzierung, aber ein fundamentaler Punkt. Die Graubärte interessieren auf einen Weg von Non-Violenz. Während ostensivlich honorabel ist, ein Weg, der die Verantwortung der höhere Denkungen by adopting an easy, absolute. Mhm. Er stimmt also nicht, ähm, mit den Graubärten überein, dass die absolut anti, ja, anti, äh, gewalttätig sind. Dass die auch ihre Stimme nicht benutzen wollen, weil's viel zu gefährlich ist. Äh, und, ähm, er hält das Ganze für, ja, für primitiv, ne? Ähm, auf seine ganz eigene Art und Weise. Ähm, A non-violent philosophy has its merit. Ja, stimmt aber auch. Irgendwo hat ja eine ungewalttätige Lebensphilosophie auch ihre Vorteile. I agree. Violence, like any tool, is not one to be wielded carelessly. It should only be utilized by one who has the capacity for wisdom. Unfortunately, unlike magic, it is accessible to not only the beast of the wilderness, but to those who wade in the shores of madness. The Graubärts are like a train-carpenter, who knows his sword, because a few careless men have their thumbs. Hm. Er hat natürlich recht, das Problem an dieser Lebensphilosophie ist, egal wie viele Vorteile es hat, ähm, sie ist jedem zugänglich. So wie jede Lebensphilosophie natürlich. Aber wenn, äh, eine Philosophie auf Gewalt beruht, dann, ähm, kann Gewalt auch jeder benutzen. Und Gewalt in den Händen von manchen Menschen ist sehr gefährlich. Das muss man einfach mal sagen. Beziehungsweise die Möglichkeit, Gewalt auszuüben. Äh, was hast du denn eigentlich für eine Lebensphilosophie, wenn man mal fragen darf? The Graubärts will have you believe that the path to wisdom is one route through meditation and pacifism. Hm, Meditation hat bis jetzt geholfen. Allow me to elucidate you on why they are mistaken. They are a point to the philosophy of situational ethics. They may present an example of a monk who advocates violence and self-defense. However, in the fog of war, who can say what threats to one's safety are real, or imagined? The monk is no longer able to trust his judgment. Ultimately, he concludes that ethics must be followed, regardless of the situation. Only then can we walk through the path of righteousness. Not just when decisions are easy, when they are hard. For it is when circumstances are difficult, that we are most tempted, and when ethics become situational. The alert of self-preservation, the alert to save lives, the need to honor the gods, will lead men to prom heinous acts. All in the name of what is just and good. Scheint das so zu sein. Aber gut, wir bleiben mal in character. Ähm. Which is why the greybeards are against it. I didn't understand what you said. Oh, man. Okay. Okay, also das Ganze können wir jetzt noch weiter ausbauen. Ich muss aber sagen, ich finde, wir haben viele interessante Dinge von dem Mann gehört. Und wir wollen ihn auch jetzt nicht vor den Kopf stoßen, indem wir ihn irgendwelche Sachen fragen. Stattdessen werden wir mal diese Banditen, die ihn hier so anscheinend angegriffen haben. Ich glaube nicht, dass er hier eingebrochen ist, sondern diese Banditen sind hierher gekommen. Die werden wir jetzt noch ausräumen, weil sie haben es nicht anders verdient. Und, ähm, oh, der hat ja noch einen Lockpick dabei. Dann, äh, Sarlacc, vielen Dank für all die Hilfe und für die Äußerungen, die du gemacht hast. Ähm, du hast uns sehr geholfen, das muss ich einfach mal sagen. Das Yellow Book of Riddles haben wir schon. Ähm, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Vielen Dank für deine Meinung und für... Ja, das war einfach ein sehr schönes Gespräch. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Okay, liebe Freunde, ähm, ich werde jetzt, bevor wir auf die Karte gucken, um zu studieren, wo wir uns eigentlich befinden, Ähm, werde ich hochgehen. Und jetzt werde ich auf die Karte gucken, um zu studieren, wo wir uns eigentlich befinden. Ähm, das interessiert mich jetzt. Ach, seht ihr, wir sind gar nicht so weit weg. Ihr seht, ähm, es ist gar kein so langer Weg, den wir zurückgelegt werden. Wir sind quasi ein Stück den Berg hochgelaufen, können jetzt eigentlich über diesen Weg zurück und nach Whiterun. Aber, liebe Freunde, virtuell der Zeitverschwendung, wir machen folgendes. Ähm, bevor ich jetzt zum 700. Mal einen Weg gehe, den, äh... Nein! Passt auf, wir machen das wie folgt. Ähm, der Part hat sein Ende erreicht. Das ist jetzt mal das Erste, was wir sagen müssen und was wichtig für uns alle ist. Und, äh, im nächsten Part möchte ich einfach mich so ein bisschen aus dem Ganzen rausnehmen. Ähm, mein Kommentar wird quasi nicht stattfinden. Wir werden einen Weg nach Whiterun zurücklegen. Einen Weg, den wir schon kennen. Unser Ziel ist also einfach Whiterun. Wir werden direkt hier starten. Und was wir im nächsten Part einfach mal wieder machen werden ist, ähm, ich werde euch wieder ein paar Hörbücher in den Hintergrund legen. Einfach so ein paar Geschichten, die ich euch vorgelesen habe, äh, quasi die Bücher, die wir hier in Skyrim finden. Die werden im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin dudeln. Da habt ihr wieder was zu hören. Und dann gehen wir nach Whiterun. Das wird der Inhalt des nächsten Parts sein. Schaltet also ein, wenn ihr ein bisschen Hintergrundlohre und ein bisschen Immersivität, äh, von der Welt von Skyrim gewinnen wollt im nächsten Part. Wir begeben uns nach Whiterun. Und werden uns jetzt, nachdem wir das Ziel, äh, ja, in Augenschein genommen haben, das ihr euch so lange gewünschen musstet, bevor ich es umgesetzt habe, werden wir uns weiter um unsere Hauptaufgabe kümmern. Denn wir werden, äh, der Dawnguard ein bisschen helfen. Und die wollen, dass wir zur Dim Hollow Crypt gehen. Denn die sind einer schneigeren und eisigeren, äh, Komponente von Skyrim gelegen. Und da werden wir uns hindurch kämpfen müssen. Aber zuerst, wie gesagt, geht's nach Whiterun. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr hier zugesehen habt. Ich hoffe, ihr schaltet in den nächsten Part wieder ein, wenn es weitergeht mit den Abenteuern von Arcus. Lydia ist immer noch bei uns. Die ist einfach die treueste Begleitung, die wir uns vorstellen können. Das vermute ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, auch ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Schaltet einfach ein zu Skyrim Season 3. Ich bin CoreLP100, der mir der Zahnen dran. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich sag Tschüss und bis dann. Ich sag Tschüss und bis dann.